Hallo, in den letzten Wochen haben wir wieder einen ganz interessanten Saugroboter getestet, und zwar den TriniBot L10 Pro. Ist quasi der Bruder oder Nachfolger, wie man es sehen will, des Trini D9. Hat eine interessante Sensorik, die völlig neu ist, eine 3D-Hinderniserkennung. Was die leistet, ob die genauso gut ist wie bei dem Roborock S6 Max V, den wir zuletzt getestet haben, oder dem Rosmo T8 AIVI, das erfahrt ihr in dem Test. Wir haben natürlich auch viele Saugtests gemacht, auf verschiedenen Böden. Alles das seht ihr nach dem Intro. So, bevor ich zu den Testergebnissen komme, zu den einzelnen Tests und so weiter, zeige ich euch erstmal, was da im Lieferumfang alles dabei ist, und erzähle euch ein bisschen was dazu. Ich packe das Gerät also schnell mal aus und zeige euch, wie es geliefert wird. Wie immer könnt ihr den kompletten Testbericht mit den Datenbezugsbilden und alles, was ihr zu dem Gerät wissen müsst, natürlich auch nachlesen. Wie immer auf meiner Seite www.akku-und-roboter-staubsauger.de Die Links sind aber in der Videobeschreibung oder hier rechts oben auf die Infokarte einfach klicken. Die Bedienungsanleitung ist mehrsparig, hat also auch einen komplett deutschen Teil. Das Gerät wird ja auch ganz offiziell in Deutschland angeboten. Ich verlinke euch die Shops mal auf meiner Webseite. Es kommt gerade erst in den Handel, also der eine oder andere Shop hat es noch nicht, deswegen am besten unsere Links nutzen. Wir hatten das Glück, dass wir das Gerät ja schon einige Wochen früher bekommen haben und so konnten wir das ausgiebig schon testen. Das hier ist der Wischaufsatz mit dem eingebauten Wassertank. Das ist eigentlich nichts Besonderes, ist im Prinzip identisch mit dem Trimi D9. Hat ein Volumen von 270 Milliliter, ja, 270 Milliliter. Das ist also gleich geblieben. Interessant ist die neue Sensorik an der vorderen Seite. Da sieht es aus wie eine Kamera, ist aber, ja, was es genau für eine Kamera ist. Und diese Sensoren, da gibt der Hersteller gar nicht so viel Information. Im Grunde sagt er eigentlich nur, dass es eine 3D-Erkennung ist. Also es wird vermutlich eine Kamera mit etwas niedriger Auflösung sein. Und eben, ich schätze mal, das andere sind zwei Infrarotsensoren, die über Kreuz das Objekt etwa anstrahlen. So in der Art wird diese Objekterkennung oder Hinderniserkennung funktionieren. Dazu aber später nochmal ein bisschen mehr. Hier ist die Ladestation, die ist im Prinzip eigentlich auch wieder gleich geblieben. Da ist keine Veränderung zum Trimi D9. Gibt es eigentlich auch nichts Besonderes zu sagen. Netzteil ist eingebaut. Und hier habt ihr ein ganz normales deutsches Netzkabel. Könnt ihr einfach anstecken, Steckdose. Und dann funktioniert es. Und das war es schon. Also der Lieferumfang ist im Prinzip identisch mit dem Trimi D9 Lieferumfang. Ist nicht riesig groß. Alles Wichtige ist zwar enthalten, aber Ersatzfilter oder Ersatzwischtücher oder so, das hat der Hersteller eingespart. Kann man aber alles nachkaufen, denn die Maße sind praktisch identisch mit dem Trimi D9. Ich werde es euch gleich nochmal zeigen. Und von daher könnt ihr auch alle Teile des Trimi D9 hier einsetzen. Und diese sind ja schon ganz offiziell im Handel erhältlich. Also von daher gibt es mit den Zubehörteilen keine Probleme. Wenn ihr die Teile nicht findet, ihr könnt auch da bei mir in den Testbericht gucken. Ich verlinke auch immer Bezugsquellen für die verschiedenen Zubehörteile, so dass ihr die also auch immer auffinden könnt. Hier ist der Schmutzbehälter. Der ist ja recht groß. Das ist der gleiche wie beim Trimi D9. Ja, wie schon gesagt. Hat ein riesiges Volumen von 570 Milliliter. Also das ist schon ein richtig großer Schmutzbehälter. Da passt schon einiges rein. Und natürlich hat er wieder diesen bekannten HEPA-Feinfilter. Das ist alles identisch geblieben. Hat auch wieder drei Tasten, sind vom Design ein klein bisschen geändert. Aber die größte Änderung, das sind eben vorne die Sensoren. Es wird aber geworben mit so einer Art Objekterkennung. Man könnte also aus dem Bild, aus der Werbung entnehmen oder vermuten, dass er auch Objekte ähnlich wie der Roborock S6 Max V da, der Osmo T8 erkennt. Das ist aber nicht ganz so. Das werden wir nachher noch ausgiebiger im Test sehen. Als Bürste kommt wieder eine Kombibürste mit weichen Borsten, mittelweichen Borsten und Gummilamellen zum Einsatz. Die hat sich ja bewährt auf den verschiedensten Böden, Hartboden, Laminat, Vinyl, Fliesen, aber auch im Teppich. Da ist die überall recht ordentlich. Wir haben das ja schon beim Trimi D9 gesehen. Also da war ja schon die Reinigungsleistung sehr überzeugend. Und der neue, der Trimi Bot L10 Pro hier, der soll sogar noch etwas mehr bieten. Der soll 4000 Pascal an Saugleistung bieten. Und das wäre schon einiges. Ob das hinkommt, ob er das auch wirklich zeigt, das sehen wir gleich noch. Ihr wisst ja, der Trimi D9 hatte schon 3000. Und hier ist es eben laut Hersteller nochmal um 1000 Pascal erhöht. Aber ihr wisst ja, bei den Pascal-Werten muss man immer etwas vorsichtig sein. Die Hersteller geben da gerne Zahlen an, wo man nicht so genau weiß, wie es immer gemessen wurde. Und nicht immer ist eine höhere Pascal-Zahl wirklich ein Garant dafür, dass der Roboter besser reinigt. Das werden wir also durch unsere Tests noch etwas genauer ermitteln. Eben habt ihr gesehen, wie der Wassertank eingesetzt wird. Und jetzt messen wir das Gerät mal. Ich gebe euch nochmal ein paar Eckwerte durch, damit ihr da eine nähere Vorstellung habt. Also der Roboter hat von den Maßen her die gleiche Maße wie der Trimi D9, 350 mm breit und 350 mm in der Tiefe. Die Höhe ist etwa 97 mm inklusiv von diesem Laserturm gemessen. Der Laserturm hat auch einen eigenen Bumper. Also wenn er irgendwo anstößt, wird das registriert. Der normale Bumper vorne an der Stoßlange hat eine Höhe von etwa 2 cm. Da fehlt das Gummi, das übrigens beim Trimi D9 noch verbaut ist am Rand. Und seltsamerweise wurde das jetzt hier weggelassen und die Bürstenbreite unten gemessen, wenn man also nur den Borstenbereich sieht, ist 16,7 cm. Das ist also unverändert wie bei den meisten Saugrobotern. Und auch beim Gewicht hat sich wenig geändert. Da ist der neue etwa 100 g schwerer geworden als der Trimi D9. Er wiegt jetzt 3,2 kg. So, jetzt schicke ich ihn mal zur Ladestation. Und da kann ich euch noch sagen, die Akkukapazität ist ebenfalls gleich geblieben. Das ist also eine Spannung von 14,4 Volt bei 5200 mA. Das ist eine sehr gute Akkukapazität. Das haben also meistens auch beispielsweise die teureren Roborock-Geräte, die jetzt auf den Markt kommen. Die haben also einen ähnlichen Akku verbaut. Von der Laufzeit sind angegeben 150 Minuten. Und wenn man die maximale Saugstufe nutzt, da haben wir 96 Minuten gemessen. Das ist ähnlich wie bei dem zuletzt getesteten Roborock S6 Max-V. Da haben wir 95 Minuten gemessen. Die Standby-Stromaufnahme liegt bei 2,7 Watt. Das ist auch typisch in dem Bereich. So, hier nochmal einen direkten Vergleich. Das schwarze ist der neue Trimi Bot L10 Pro und das weiße ist der Trimi D9. Da seht ihr schon, dass die Geräte also äußerlich und von der Bauform doch weitgehend identisch sind. Bis auf die vordere Front, wo die Sensorik doch eine ganz andere ist. Der Trimi D9, der hat mit einer ganz normalen, herkömmlichen Sensorik gearbeitet, wie mit dem Laser und eben Infrarotsensoren. Unten sieht man noch einen Unterschied. Das Gummi, ihr seht, der weiße hat, der Trimi D9 hatte noch einen Gummi vorne am Bamba. Das ist jetzt beim neuen weggelassen worden. Ansonsten sind sie sehr ähnlich und wenn man jetzt das öffnet, das Schmutzfach, habe ich ja schon gesagt, das ist auch identisch. Man könnte das jetzt auch einfach auswechseln. Das ist wirklich baugleich. Da hat sich nichts getan. Also Volumen natürlich entsprechend auch. Und wir schauen uns gleich nochmal die Unterseite an. Da hat sich ebenfalls nichts geändert. Es ist die gleiche Bürste verbaut und es wird auch der gleiche Wischaufsatz aufgesteckt. Der hat die gleichen Kontakte. Ihr seht, ihr könntet also auch den Wischaufsatz austauschen. Ihr könnt die Bürsten austauschen. Hat immer den Vorteil, dass man eben besser an das Zubehör rankommt. Wenn Zubehör für mehrere Geräte passend ist, kommt man in der Regel einfach besser dran, weil das dann auch besser angeboten wird. Und auch die Hersteller können ja dann auch andere Preise machen, wenn sie eben dasselbe Zubehör für mehrere Geräte baugleich haben. Dann entstehen ja ganz andere Massen und dann sind in der Regel die Zubehörteile auch günstiger. Der Dremi D9, den kann ich nach wie vor übrigens auch noch immer empfehlen. Er hat sogar die gleiche Punktzahl bei uns im Endergebnis bekommen. Es gibt schon gewisse Unterschiede. Der neue hat ja die neue 3D-Hinderniserkennung. Der fährt also in der Wohnung völlig berührungssicher herum. Die Frage ist nur, ob man das wirklich haben will. Wenn einem das nicht so wichtig ist, dann kann man genauso gut den Dremi D9 nehmen. Er arbeitet ohne diese Hinderniserkennung, ist dafür aber wieder ein kleines Tüpfelchen schneller. Denn die Objekterkennung kostet, oder diese 3D-Hinderniserkennung, die kostet etwas mehr Zeit. Und was die Reinigungsleistung betrifft, da ist der neue zwar 1000 Pascal stärker, aber in der Praxis macht es sich nur gering bemerkbar. So, werfen wir noch mal einen Blick auf die App von dem neuen Dremi Bot L10 Pro. Die ist im Prinzip sehr ähnlich dem Dremi D9. Also es ist praktisch die Xiaomi Home App. Das ist der Startscreen, kennt ihr sicherlich. Und hier unten ist beispielsweise jetzt der neue Dremi Bot L10 Pro. Hier ist noch der Dremi D9. Also man kann natürlich mehrere Roboter mit der gleichen App steuern. Also die Darstellung ist im Grunde gleich wie bei dem Dremi D9. Man hat also in der Mitte praktisch die Karte von der jeweiligen Etage. Man kann ja bis zu drei Etagen verwalten mit dem neuen Roboter. Das geht übrigens auch schon mit dem Dremi D9. Da gibt es ja mittlerweile ein Update. Und auch der Dremi D9 kann jetzt so genau wie hier der Dremi Bot L10 Pro drei Etagen verwalten. So, ich beschränke mich jetzt bei der Beschreibung mal auf die wesentlichen Dinge, weil ich die App hier schon ausführlich im Dremi D9 Testbericht vorgestellt habe. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da also auch nochmal reinschauen. www.akku-und-roboter-staubsauger.de Da findet ihr Testbericht und Video wie immer. Die Darstellung ist also wie gewohnt. Oben sieht man die Quadratmeter, die zuletzt gereinigt wurden und die Reinigungszeit. Rechts oben habt ihr noch zwei Symbole. Oben, das ist die Verwaltung der Karten. Da gehe ich jetzt mal drauf. Da könnt ihr eben erstmal den mehrstöckigen Mod einstellen. Das ist eben seit dem Update vom Dremi D9. Und beim Dremi Bot L10 Pro, also den ich hier teste, da ist das schon von vornherein gewesen. Also man kann also hier die Karten verwalten. Wenn ihr eine neue Karte anlegen wollt, drückt da unten das Plus. Ihr könnt jetzt hier auch wählen, welche Karte verwendet werden soll. Da der Roboter jetzt hier natürlich jetzt im Erdgeschoss steht, bleiben wir bei der aktuellen Karte. Wenn wir den Roboter jetzt in eine andere Etage tragen würden, könnten wir jetzt eine andere Karte verwenden, drücken. In der Regel brauchen wir es nicht, weil der Roboter selbstständig erkennt, wenn er in einer anderen Etage steht und dann die Karte auch selbstständig aktiviert. So, gehen wir auf den Hauptscreen zurück. Dann hier das zweite rechte Symbol. Das dient, um Sperrbereiche einzuzeichnen. Das ist wie beim Dremi D9. Ihr könnt jetzt eine virtuelle Wand einzeichnen, wo der Roboter also nicht drüber fahren soll. Wenn ihr eben einen bestimmten Bereich abgrenzen wollt, kennt ihr alles. Ihr könnt aber auch einen Bereich festlegen, einen quadratischen Bereich, rechteckigen Bereich, wo er nicht fahren soll. Das macht ihr mit der, ja, das ist hier ein bisschen falsch übersetzt, Reinigen des Sperrbereiches. Ansonsten, die App ist an sich gut übersetzt, aber so ein, zwei Bugs in der Übersetzung gibt es noch. Und das ist hier diese mittlere. Da ist also gemein ein ganz normaler Sperrbereich. Rechts habt ihr einen Sperrbereich für das Nasswischen. Kennt ihr ja, also wenn ihr bestimmte Bereiche zwar immer reinigen wollt, das ist ja, also wischen wollt, wenn ihr nass wischen wollt, dann wollt ihr ja Teppiche in der Regel ausklammern. Und da könnt ihr dann über den Teppich praktisch einen Sperrbereich legen, damit ihr beim Wischen eben den Teppich nicht nass wischt, sondern eben nur beispielsweise das Laminade oder Vinyl, was eben um den Teppich liegt. Das gibt es auch. Gehen wir wieder zurück in den Hauptscreen. Ja, ansonsten unten die normalen Funktionen, wenn ihr auf Raum geht, könnt ihr eben die Räume selektieren, die gereinigt werden sollen. Das heißt, ihr könnt jetzt einzelne Räume anwählen oder auch Kombinationen von Räumen, mehrere Räume, wie ihr wollt. Und wenn ihr dann auf Start der Reinigung geht, werden eben diese Räume automatisch angefahren und nacheinander gesaugt und dann kehrt er wieder zur Ladestation zurück. Wenn ihr auf alles geht, ist klar, dann wird alles gereinigt, alles wohin er kommt, also außer die Sperrbereiche. Und wenn ihr auf Zone geht, das können wir gleich mal ausprobieren. So, ich probiere mal die Zonenreinigung, indem ich jetzt hier mal den, versuche den Teppich zu markieren. Das ist natürlich nicht immer so einfach. Weil man nicht weiß, wo jetzt der Teppich genau hier im Raum liegt. Er muss hier zwischen Ladestation und Tür, ja so ungefähr hier so, könnte der Teppich liegen. Und dann versuchen wir mal diese Zone jetzt zu reinigen. Der Sorgroboter beginnt die Zonenreinigung. Und dann geht es um Fahrzeug. So einigermaßen scheinlich es getroffen zu haben, nicht ganz, aber so einigermaßen. Denn man weiß ja nicht in der Karte, wo wirklich der Teppich liegt, man muss sich da immer so ein bisschen an den Raummaßen orientieren. Man kann die Zone natürlich auch mehrfach reinigen, es gibt hier rechts unten noch das Symbol, bevor ihr die Sonenreinigung startet, könnt ihr da auch auf zweimal gehen, dann wird die gleich doppelt gereinigt. Ja, also super gründlich hat das jetzt nicht gemacht. Naja doch, die Karte ist immer ein bisschen verzögert, deswegen sieht man es hier auf der Karte immer ein bisschen später. Das heißt nicht immer, sondern sehr oft ist eben so ein, zwei Sekunden verzögert. Mit dem Aufladen beginnen. So, jetzt haben wir, das war die Zonenreinigung, ja unten die beiden Buttons brauche ich glaube ich nicht erklären. Mit links dem Button Laden schickt man den Roboter zur Ladestation und mit dem rechten startet man die Reinigung. Das ist eben das Wesentliche. Ich gehe nochmal kurz ins Menü. Da haben wir dieselben Einstellungen im Prinzip wie bei dem Dreamy D9 schon. Es gibt zwei kleine Veränderungen, die zeige ich euch gleich mal, wenn ihr auf Geräteeinstellungen geht, dann habt ihr oben jetzt diese 3D, diese hochpräzise Hindernisvermeidung. So nennt sich das. Manche bezeichnen es auch als Objekterkennung, wobei es in der Art eigentlich keine richtige Objekterkennung ist. Die könnt ihr ein- oder ausschalten. Ich habe sie jetzt hier immer eingeschaltet, aber dazu sage ich später nochmal was. Dann das andere ist alles gleich geblieben. Ihr könnt die Lautstärke einstellen. Ihr könnt den Leistungsschub erhöhen auf Teppich. Das heißt, wenn er auf Teppich fährt, erhöht er die Leistung. Ihr könnt einstellen, Reinigung fortsetzen. Das heißt also, wenn er gesaugt hat und die Akkukapazität hat nicht ausgereicht, dann lädt er nach und reinigt dann sofort wieder an der letzten Stelle weiter. Dann gibt es den DNT-Modus. Der DNT-Modus, da könnt ihr eine Ruhezeit einstellen, also eine Zeit, wenn er nicht reinigen soll. Wenn ihr zu bestimmten Zeiten auf keinen Fall gestört werden wollt, vielleicht durch das Staubsaugergeräusch, durch den Roboter, durch das Geräusch, dann könnt ihr da eine Zeit einprogrammieren. Und in der Zeit wird er also dann niemals starten. So, dann könnt ihr euch noch eine Erinnerung beim Nasswischen, wann das Tuch gewechselt werden muss, da eingeben. Das ist aber alles wie bei dem Tremi D9. Den Reinigungsmodus, das ist auch alles gleich geblieben. Da gibt es vier Stufen. Und bei der Wassereinstellung gibt es drei Stufen. Bei der geplanten Reinigung, das ist der Timer, das ist auch alles gleich geblieben. Ihr könnt im Timer angeben die Startzeit, an welchen Tagen, den Reinigungsmodus, also die Saugstufe praktisch und die Wassereinstellung. Und als Reinigungsbereich könnt ihr natürlich eine Etage wählen oder einen einzelnen Raum oder eine Kombination von Räumen, die gereinigt werden sollen. Ihr könnt mehrere Timer-Programmierung pro Tag, pro Woche, wie ihr wollt, definieren. Also da ist man wirklich komplett flexibel, wie bei anderen Spitzenrobotern. Dann gibt es den Reinigungsverlauf. Da könnt ihr sehen, wann er gereinigt hat. Ihr könnt auch eine Karte abrufen. Wenn ihr da draufklickt, seht ihr, wie er gefahren ist und gesaugt hat, wie lange er gebraucht hat und so weiter und so weiter. Und könnt das im Nachhinein überprüfen. Auch die Gesamtquadratmeter und so weiter erscheint da auch. Dann gibt es den Serviceplan. Da bekommt ihr nochmal Hinweise, wann ihr den Filter reinigen müsst oder wechseln müsst. Und das gleiche wie Bürste und so weiter und so weiter. Kennt ihr auch alles. Dann die Fernbedienung. Das ist neu. Das gab es beim Trimi D9 noch nicht. Gibt es beim Roborock schon lange. Damit könnt ihr den Roboter fernsteuern. Ihr drückt einfach einmal die Taste nach oben. Dann fährt der Roboter los. Der Saugroboter beginnt mit der klar überwachten Reinigung. Danke. Spannungsgeladene Klicke mal wieder zur Ladestation. So, was haben wir noch? So, dann gibt es noch das Aufsuchen meines Roboters. Dann macht der Roboter ein Geräusch. Also, falls sich der Roboter mal irgendwo verstecken sollte, dann könnt ihr den besser finden. Kommt eigentlich selten oder gar nicht vor. Dann könnt ihr den Gerätename vergeben. Ihr könnt den Standort festlegen, Gerät für andere freigeben und so weiter. Das ist eigentlich das Wichtige noch, die Firmware-Aktualisierung. Da könnt ihr immer schauen, ob die aktuelle Firmware drauf ist und könnt die auch automatisch aktualisieren. Das sollte man ab und zu machen. Aber man sieht das auch, weil man auch automatisch darauf hingewiesen wird. Und bei den zusätzlichen Einstellungen einfach nochmal, seht ihr ja Plugin, nochmal alles das Gleiche, wie bei der Xiaomi Home App üblich. Und wie gesagt, gegenüber der Dremi App ist eigentlich nur jetzt diese 3D Objekterkennung oder 3D Hinderniserkennung neu, dass ihr die ein- und ausschalten könnt und eben die Fernsteuerung. Ansonsten ist das mit der App praktisch identisch. So, kommen wir zu unserem Wohnraumtest, wo wir jetzt praktisch die Objekterkennung oder die 3D Hinderniserkennung mal ein bisschen genauer untersuchen können. Ich verbinde das jetzt mit unserem üblichen Schnipseltest und habe hier gleich noch ein bisschen mehr an Schmutz verteilt. Haare habe ich hier auf dem Teppich noch verteilt. Das sind sowohl Kassenhaare als auch menschliche Haare und einfach Semmelmehl habe ich da nochmal ein bisschen verstreut. Und im Wohnraum verteile ich hier einzelne Schnipsel und diese Attrappen. Das sind also Attrappen. Ja, was für Attrappen könnt ihr ja sehen. Denn die Hinderniserkennung, ihr wisst ja, wir haben zuletzt den Roborock S6 Max V getestet und der hat ja eine sehr schöne Objekterkennung. Der ist diesen Häufchen von den Tieren, den Tieren, wenn die mal ein Häufchen hinterlassen, das kann ja mal passieren, so was. Ist der immer optimal ausgewichen und wir wollen mal sehen, ob das der neue Dreamy auch kann. Das wäre natürlich dann ein richtiger Vorteil, der eben klar vorhanden ist. Denn wenn ein Tier, ein Haustier, eine Katze oder ein Hund mal krank ist und mal tatsächlich irgendwas hinterlässt am Fußboden und da fährt so ein Roboter drüber oder streift das nur, dann kann sowas natürlich eine ganze große Sauerei in der Wohnung geben. Und da der Roboter meistens dann reinigt, wenn ihr nicht da seid, merkt ihr das auch zu spät. Und wenn ihr da hilft, sowas zu umfahren, dann ist das eine schöne Leistung. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt hier der Dreamy macht. Gleichzeitig habe ich eben noch Schuhe verteilt, eine Steckerleiste und all diese Schnipsel habe ich im Raum überall nochmal verteilt, damit wir einfach sehen, ob der Roboter überall herumfährt oder größere Stellen auslässt. Ja, ihr seht links wieder die Zeit eingeblendet, wie lange der Roboter läuft. Unten, wenn ich was beschleunige oder rausschneide, seht ihr das unten an der Zeit. Und links habe ich natürlich noch das Bild von der App eingeblendet, sodass ihr eben auch nochmal live seht, was die App während der Reinigung anzeigt. Ja, ich lasse es erstmal jetzt ein bisschen in der realen Zeit laufen. Er wird jetzt erstmal am Rand entlang fahren, das ist ja bei Robotern üblich. Schaut euch an also, wie er mit den Hindernissen umgeht. Also ihr habt es gesehen, er hat schon die Steckdose gestreift und etwas verschoben. Also ganz optimal war das nicht, denn eigentlich sollte er die Hindernisse ja komplett umfahren. Das war schlechter als der Roborock S6 Max. Der Roborock S6 Max V, der ist tatsächlich in den meisten Fällen wirklich richtig herumgefahren und hat diese Steckdosenleiste nicht berührt. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ihr habt es gesehen, ich habe nochmal die Saugstufe auf Turbo erhöht. Der kam ja nämlich zu leise vor. Eigentlich habe ich sie vorher schon auf Turbo erhöht. Seltsamerweise schaltet er manchmal nach dem Start nochmal zurück auf die Standardstufe. Eine Gesetzmäßigkeit habe ich mir da noch nicht so richtig feststellen können, warum man das manchmal macht, obwohl ich eigentlich vorher Turbo schon gewählt hatte. Ist mir nicht so ganz klar. Also normalerweise sollte man, wenn man Turbo wählt, sollte das natürlich eingeschaltet bleiben. Aber das ist immer nur nach dem Start. Also jetzt bleibt das bis zum Ende so. Aber man muss doch immer nach dem Start nochmal kontrollieren, ob wirklich die Saugstufe aktiviert ist, die ich vorher eingeschaltet habe. Ich denke, da ist auch noch ein kleiner Bug wahrscheinlich in der App irgendwo vorhanden. Aber das wird sicherlich noch korrigiert. Also hier fährt er nicht in das andere Zimmer, weil ich ja bei der Reinigung diesen Raum ausgewählt habe. Das liegt also nicht in dem Magnetband, was ihr da eben gesehen habt, sondern das liegt wirklich daran, dass ich nur diesen Raum jetzt für die Reinigung ausgewählt habe. Magnetbänder kann der Roboter nicht erkennen. Braucht er ja auch nicht. Der hat ja die virtuellen Begrenzungen. So, jetzt schauen wir mal, jetzt wird es schwierig. Da hinten haben wir ein kleines Stück, ein kleines Häufchen liegen. Aber ich denke mal, das umfährt er jetzt erstmal. Da kommt er wahrscheinlich noch nicht hin. Jetzt müsst ihr aufpassen, ob er das alles ordentlich umfährt. Übrigens, der Roboter ist in der Standardstufe relativ leise, um die 58 dB. Genau, könnt ihr das bei mir nochmal im Testbericht nachlesen. In der maximalen Stufe aber haben wir etwas, was haben wir gemessen, 67,5 dB. Also das ist dann schon noch recht ordentliche Lautstärke. Hier ist er jetzt um das Häufchen herumgefahren. Mal schauen, wie er das bei dem kleinen Häufchen hier macht. Das erkennt er überhaupt nicht. Jetzt hat er es komplett überfahren. Und jetzt hängt es in der Bürste. Man hört es ein wenig. Ich habe das am Anfang gar nicht mitgekriegt, dass er das überfahren hat. Aber am Geräusch habe ich es dann gehört. Bei dem großen Häufchen hier ist es ein wenig. Bei den großen Haufen klappt das mit der Hinderniserkennung offenbar besser. Da fährt er doch ordentlicher drumherum. Aber bei den kleinen Häufchen hat es überhaupt nicht geklappt. Das ist schon schade. Das war bei dem Roborock S6 Max V deutlich besser. Aber eben nur bei denen. Die meisten anderen Roboter hätten das natürlich auch überfahren. So, jetzt muss ich ihn mal befreien von dem Häufchen, damit er hier ordentlich weiter saugen kann. Der Saugroboter setzt die Reinigung fort. Der Saugroboter setzt die Reinigung fort. Hier seht ihr jetzt also unsere kleine Kot-Attrappe hat er hier im Schmutzbälder oder zwischen der Bürste und dem Schmutzbälder da, die sich eingeklemmt. Und ja, also das ist natürlich ungünstig. Dafür ist er offenbar nicht gut geeignet. Mal schauen, wie es jetzt hier bei dem Schuh ist. Das scheint eigentlich auch gut zu klappen. Ich meine, das ist ja auch ein großes Hindernis. Das schaffen schon fast die Roboter ohne diese besondere Objekterkennung oder 3D-Hinderniserkennung. Die verschieben ihn schon etwas, aber es ist nicht so, dass der Schuh die dann irgendwie blockiert oder so. Die werden halt, der Schuh wird halt ein bisschen verschoben und das war es dann. Es ist auch kein großes, große Tragödie. Bei den meisten Hindernissen ist es ja keine große Tragödie, wenn die ein bisschen verschoben werden. Von daher ist diese, diese super gute Erkennung meines Erachtens eigentlich gar nicht oft notwendig. Sehr vorteilhaft ist eben in erster Linie wirklich bei so Sachen, die eben wirklich Sauerei machen. Eben wie Tiergut beispielsweise. Wenn sowas erkannt würde, dann wäre das natürlich schon ein Vorteil für den Haustierbesitzer. Aber das scheint hier nicht so gut zu klappen. Was uns noch ein bisschen negativ aufgefallen ist, das sind so Teppichkanten. Er hält sich immer relativ lange mit seiner Objekterkennung oder seiner 3D-Hinderniserkennung an Teppichkanten auf. Obwohl die eine ganz normale Höhe haben. Also er kann die auch befahren, er hat da kein Problem mit. Er kann ja, das werden wir nachher noch sehen, er kann wie der Trimi den neuen bis zu 20 mm Fahrt. Man kann der Roboter befahren, also das ist schon eine ordentliche Höhe. Trotzdem hält er sich manchmal an Teppichkanten relativ lang auf und stellt sich da auch nicht sonderlich intelligent manchmal an. Zumindest sieht es nicht intelligent aus. Das ist ein bisschen schade. Das fand ich, das war beim Trimi den neuen nicht. Also offenbar liegt dieses auch an seiner 3D-Hinderniserkennung. Ich finde, das ist eigentlich unnötig, dass er sich da manchmal so lange aufhält. Ich finde, das ist ein bisschen schade. Ich finde, das ist ein bisschen schade. Wenn ihr den Trimi den neuen Testbericht von uns gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass der Trimi den neuen wirklich eine hervorragende Navigation hat. Der braucht sich also nicht hinter den normalen Spitzen-Roborox wie Roborox S6 oder S5 Max oder so verstecken. Der navigiert wirklich mindestens genauso gut. Von daher ist es ein bisschen schade, dass hier gerade der Roboter, der ja eigentlich intelligenter ist, der Trimi Bot L10 Pro, sich manchmal ein bisschen unglücklich anstellt. Obwohl er nicht dumm ist, er navigiert grundsätzlich auch sehr gut. Wenn er unter Stühlen beispielsweise in der Küche oder in einem anderen Raum fährt, da fährt er wirklich genial durch. Also da wirkt er genial, aber manchmal an Teppichkanten oder wenn viele Hindernisse vorhanden sind, dann wirkt er doch ein bisschen durcheinander manchmal. Also bei großen Strecken oder wo er Platz hat, da wiederum navigiert er hervorragend. Von Raum zu Raum hat er auch keine Probleme, wenn ihr den jetzt in einen anderen Raum schickt. Das funktioniert alles problemlos. Aber wenn man eben jetzt ganz genau aufs Detail guckt, wenn man nicht aufs Detail guckt, hat man sowieso nichts zu meckern. Das ist auf jeden Fall ein Spitzen-Roboter, der genauso gut eingesetzt werden kann wie ein Roborox S6 oder ein S5 oder ein Trimi D9. Aber wenn man jetzt, es ist ja jetzt ein teurerer Roboter, ist ja teurer als der Trimi D9. Von daher erwartet man ja natürlich noch ein paar Features, die wirklich einen richtigen Vorteil bringen. Und da fand ich die Objekterkennung nicht so umwerfend, wie ihr seht. Also bei Tierkot hilft sie nicht. Das habt ihr jetzt schon gesehen und ihr werdet es auch noch weiter sehen. Da kann er nicht, da bringt es einfach nicht viel. Und auch andere große Hindernisse oder mittlere Hindernisse, kleine und mittlere Hindernisse, die werden durchaus mal angestoßen oder verschoben. Da fährt er nicht immer sicher drum rum. Bei großen Hindernissen Platz, aber eben bei kleinen Hindernissen nicht. Und bei Tierkot meistens auch nicht. Von daher ist eine Frage, ob man es überhaupt haben muss. Er geht grundsätzlich natürlich, wenn man es jetzt wiederum mit einem normalen Roboter vergleicht, einem Trimi D9 oder einem Roborock S6, da geht er natürlich mit den Hindernissen schon etwas sanfter um. Aber mit dem Nachteil, dass er sich manchmal an bestimmten Ecken auch ein bisschen ungeschickt verhält und es dann dazu kommen kann, dass auch manche kleine Stelle mal übersehen wird. Gerade bei dem Teppich beispielsweise, den ihr ja eben im Bild gesehen habt, da liegt der Schmutz eigentlich immer noch recht hoch, weil er einfach da immer noch nicht gerade drüber gefahren ist. Das ist eigentlich wunderlich, denn das hätte er schon längst machen können. Also kleine Nachteile scheint hier die Navigation doch noch zu haben. Und hier seht ihr jetzt mal wieder, gut, der ist ja relativ groß und trotzdem wird er nicht gut erkannt und noch gestreift und sogar gleich umgeworfen. Schaut mal hin. Ihr seht, er fährt also voll drüber, obwohl er sich immer mal zu hingen gedreht hat und das mit seiner Kamera oder seiner Sensorik ins Bild genommen hat. Also er hat es anfangs schon gesehen, aber trotzdem fährt er am Ende voll drüber und wäre das jetzt keine Attrappe aus Kunststoff, dann hätten wir jetzt hier eine große Sauerei. Also da ist er wirklich keine große Hilfe bei solchen Dingen. So, ich beschleunige jetzt mal das Video etwas, damit wir hier etwas schneller zum Ende kommen. Ihr könnt jetzt immer noch ganz gut verfolgen, wie der Roboter hier navigiert. Also die Hindernisse werden auch nicht irgendwie gekennzeichnet in der Karte oder so. Das heißt, er fährt einfach da drum rum, ähnlich wie beim Stuhlbein. Man kann also auf der Karte ein Stuhlbein nicht von irgendeinem anderen Hindernis erkennen. Hier, das hat er jetzt auch gestreift, habt ihr gesehen, obwohl das eigentlich riesig ist. Das gefällt mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Die Erkennung von solchen Hindernissen gefällt mir nicht. Die könnte besser sein, wenn eben schon ein Roboter so beworben hat und so eine ausgefeilte Sensorik hat, die so in den Vordergrund gestellt wird, dann sollte die eigentlich auch besser sein. Das gefällt mir nicht. Da gibt es doch Unterschiede zwischen dem Roborock S6 Max-V und hier dem Dreamy Bot L10 Pro. Die sind doch recht gewaltig. Der Roborock, der kennzeichnet die Objekte, schreibt auch dabei, was es war am Hindernis, kann sogar ein Foto von dem Hindernis machen. Das gibt es alles hier nicht. Die Kamera kann auch keine Fotos machen, kann auch keine Live-Bilder machen, Live-Videos wie bei dem Roborock S6. Man kann damit nicht in die Wohnung schauen, wie es beim Roborock möglich ist. Das ist sowieso nicht unbedingt notwendig. Ich erwähne es halt nur, das ist mit der... Es ist also keine richtige Kamera. Und die Objekterkennung ist auch keine richtige Objekterkennung, sondern sie kann Hindernisse, große Hindernisse schon etwas besser erkennen, aber der große Wurf ist es nicht. So, er ist also fertig. Er hat hier 21 Minuten oder 20 Minuten, zeigt die App an. Wir haben gemessen etwas über 21 Minuten. Es ist relativ okay, die Zeit, aber ist länger als üblich. Der Trieb mit den neuen, der hat das so schneller gemacht. Und da war es, glaube ich, im Schnitt 18 Minuten. Ich muss aber auch sagen, wenn ich den hier wiederholt gestartet habe, im Schnitt war er auch etwas schneller. Oft hat er es auch schon in 19 Minuten geschafft. Also die 21 Minuten ist schon eine Ausnahme. Aber hier hat er noch viel Schmutz liegen lassen. Also wirklich viel. Da ist er einfach nicht drüber gefahren. Das ist jetzt auch schwieriger Schmutz. Den hätte er sowieso nicht ganz wegbekommen. Das hat auch der Roborock nicht ganz wegbekommen oder andere, weil das ist jetzt sehr viel. Aber es hätte wesentlich besser ausgesehen, wenn er da auch mal richtig drüber gefahren wäre. Also die Objekterkennung hat hier bei der Reinigung eher einen Nachteil gehabt als Vorteil. Wenn man natürlich jetzt eine Wohnung hat, wo jetzt Designermöbel drin sind und hat, und man möchte halt, dass der Roboter möglichst wenig an die Gegenstände anstößt. Das können ja auch größere Gegenstände wie Vasen, Blumentöpfe oder was weiß ich, was man alles da rumstehen haben kann. Wenn er da möglichst keine Berührung vornehmt oder überhaupt nicht anstößt, dann bringt der Roboter schon was. Dann hat es schon einen Vorteil gegenüber einem normalen Roboter, der ja eventuell mit dem Bumper leicht anstößt. Aber bei normalen Wohnungen stört das Anstoßen, das leichte Anstoßen mit dem Bumper auch nicht. Das gibt in der Regel keine Kratzer oder sowas. Die Roboter bremsen alle vorher ab und stoßen wirklich nur ganz langsam und sanft an. Und meistens ist es wie bei dem Tremi D9 da sogar noch ein Gummi vorhanden. Also da braucht man auch keine Angst haben. Von daher ist der große Vorteil der Objekterkennung, sehe ich hier nicht, weil er eben bei Tierkot beispielsweise nicht hilft. Da wäre es eine Hilfe gewesen, aber das hat er halt nicht zuverlässig gemacht. Ich habe jetzt mal die Zonenreinigung so eingestellt. Da hoffe ich, dass er jetzt hier den Teppich nochmal reinigt, dass er da nochmal drüber fährt, um zu sehen, dass er das doch ein bisschen ordentlicher kann, als es hier aussieht. Das habe ich beim letzten Test auch schon gemacht, beim Roborock S6. Den habe ich auch dann nochmal zweimal drüber fahren lassen. Denn das ist schon eine große Menge und dieser Schmutz, der verhakt sich ja mit dem Teppich. Da reicht in der Regel einmal drüber fahren nicht aus, um den Teppich richtig sauber zu bekommen. Aber mit dem Staubsauger wären wir ja auch nicht nur einmal drüber gefahren. Da wären wir ja hin und her gefahren. Und das ist natürlich beim Roboter auch so. Also das sollte man jetzt nicht als Anhaltspunkt nehmen, dass der Roboter schlecht ist. Wäre er ordentlich drüber gefahren, dann hätte er das auch wegbekommen. Er hat hier einfach wegen den vielen Hindernissen etwas unglücklich navigiert, was aber auch an seiner 3D-Hinderniserkennung liegen muss. Man kann die aber auch deaktivieren. Das kann ich euch ja sagen. Wenn euch das stört und ihr möchtet dieses umständliche Verfahren, oder möchtet nicht, dass er da auf diese Hindernisse so empfindlich reagiert, dann könnt ihr diese Hinderniserkennung auch deaktivieren und dann sollte er so navigieren wie der Trimi den neuen auch. Und ihr seht, dann macht er das auch schon ganz ordentlich. Ihr habt es gehört, den Fehler in der Sprachdatei hat er immer noch. Er sagt am Ende der Reinigung immer, ich nehme die Reinigung wieder auf. Ich weiß nicht, was das heißen soll. In Wirklichkeit müsste er sagen, dass er mit der Reinigung fertig ist und wieder zur Lasestation fährt. Aber dann sagt er immer diesen Spruch. Das ist aber zum Glück die einzige fehlerhafte Sprachdatei, die uns aufgefallen ist. Ansonsten sind alle Sprachkommandos, die er ausgibt, korrekt. Und ich hoffe mal, dass das auch noch korrigiert wird. Den gleichen Fehler hatte schon die Übersetzung beim Trimi D9. Der hat dasselbe ausgesprochen. So, ich habe jetzt noch mal schnell im Schnelldurchlauf noch mal die Zonenreinigung gemacht. Ich mache noch mal eine, damit wir hier den Teppich einigermaßen sauber kriegen. Und der ist weitgehend jetzt auch sauber. Nur einige wenige Haare hängen jetzt noch. Da müsste ich noch ein, zweimal drüber fahren. Da werden die wahrscheinlich auch weg. Da ist eben dann doch ein Staubsauger besser. Auch ein Akku-Staubsauger. Ist halt so. Die haben dann doch noch mehr Kraft. Ist einfach so. Da kann man nichts dran machen. Also so viel Energie haben dann da die Saugroboter nicht. Aber so viel Verschmutzung hat man ja im Raum normalerweise auch nicht. So, dass die Saugroboter schon eine große Hilfe sind. Sonst würde ich sie hier nicht vorstellen und testen. Natürlich haben wir auch wieder spezielle Tests gemacht, um die Saugleistung und die Reinigungsleistung, die Wischleistung usw. ein bisschen genauer zu bestimmen und mit anderen Robotern, um die mit anderen Robotern vergleichen zu können. Da machen wir ja immer die gleichen Tests. Ich zeige euch jetzt hier ein paar Ausschnitte von einigen Tests, die wir gemacht haben. Dann braucht ihr nicht, vielleicht reicht euch das. Ansonsten habe ich ja immer drei Teile von den Videos gemacht. Den einen oder anderen ist das immer ein bisschen lang geworden. Deswegen mache ich es heute mal ein bisschen anders. Ich zeige euch hier einfach nur einen Ausschnitt. Anfang und das Ende und sage euch ein bisschen was zum Ergebnis. Und vielleicht gefällt euch das besser. Wenn ja, schreibt es einfach mal in den Kommentaren, ob euch diese kürzere Variante aus einem Teil mit kürzeren Ausschnitten oder aus drei Teilen mit ein bisschen ausführlicher, ob was euch da besser gefällt. Würde mich einfach mal interessieren. So, also wie der Test funktioniert, brauche ich glaube ich den meisten nicht mehr zu erzählen. Die wissen es schon, also viele Abonnenten, wir haben ja sehr viele Abonnenten in den letzten Monaten wieder hinzubekommen. Die wissen das natürlich. Wer natürlich jetzt neu hinzugekommen ist, kann das bei mir im Testbericht auch nochmal nachlesen. Da erkläre ich immer nochmal, wie der Test funktioniert. Der ist wie gesagt bei allen Saugrobotern gleich. Nur in Kürze gesagt, wir lassen jeden Roboter hier eine definierte Zeit und eine definierte Menge Schmutz saugen. Das heißt, jeder Roboter saugt hier 20 Minuten. Wenn er kürzer läuft, starten wir mehrfach. Wenn er länger läuft, kürzen wir es ab. Wichtig ist, dass alle Roboter hier dieselbe Zeit laufen, damit wir wirklich testen können, wie gut oder was er maximal reinigen könnte. Wir wollen ja die Navigation bei diesem Test hier ausschließen. Die Navigation lässt sich ja durch Updates immer ändern. Da wären Tests sowieso nur ein Ausschnitt der momentanen Zeit. Das kann morgen, wenn ein Abdeck kommt, schon wieder anders sein. Aber wenn wir die maximale Möglichkeiten testen, wir geben ihm die maximale Zeit, dann können wir wirklich herauskriegen, was der Roboter maximal könnte. Und deswegen testen wir hier immer eine feste Zeit. Normalerweise zeige ich diese kompletten 20 Minuten, manchmal beschleunige ich das. Hier zeige ich euch jetzt die ersten 2-3 Minuten und dann schauen wir gleich am Ende, was er hier aus dem Teppich herausgesaugt hat. Der Schmutz wird immer gewogen am Anfang und am Ende. Am Ende wege ich einfach das Schmutzfach, da werden natürlich die Behälter abgezogen und so weiter und so weiter. Das brauche ich euch nicht näher erklären, wisst ihr alles. Und da können wir genau ausrechnen, wie viel Prozent er zurückgesaugt hat. Und das können wir mit etlichen Saugrobotern vergleichen, weil wir schon etliche getestet haben. Und schon Jahre zurück, also ihr könnt da einfach auf meine Seite gehen, sucht euch den Roboter raus, mit dem ihr das vergleichen wollt und dann könnt ihr das wirklich sehen. Oder geht auf die Rangliste, da sind die Roboter ja auch bewertet. Oder geht auf die Empfehlungsseite, da empfehle ich immer Roboter, wobei ich da auch den Preis berücksichtige. Und solche Sachen. Und solche Sachen. So, die 20 Minuten sind rum. Ich wiege das Ganze und kann dann natürlich schon ausrechnen mit einer Excel-Tabelle, wie viel Prozent er hier an dem Schmutz zurückgesaugt hat. Also von dem verteilten Quarzsand wieder aus dem Teppich herausgesaugt hat. Ich fülle es dann nochmal zurück in den Originalbehälter, der ja am Anfang voll war. Und da seht ihr auch optisch nochmal, wie viel jetzt in dem Behälter drin ist. Es sind also 52 Prozent. Ich habe sie hier eingeblendet und einige Roboter, die wir kürzlich getestet haben, blende ich mal im Vergleich mit ein. Und da seht ihr, dass das ein sehr gutes Ergebnis ist. Also das liegt doch ganz an der Spitze. Es gibt einige Roboter, die besser sind, aber es sind sehr wenige. Und wenn ihr dann auch mal guckt, wer da besser ist, das sind doch in der Regel recht teure Geräte. Und da ist das ein sehr gutes Ergebnis. Es gibt eine ganze Reihe von Saugerputtern, auch Markengeräten, die da schlechter sind. Im Übrigen ist es das absolut gleiche Ergebnis, was auch der Trimi D9 erreicht hat. Beide haben hier 52 Prozent erreicht. Also da konnten wir jetzt keinen Unterschied zum Trimi D9 feststellen, obwohl der ja 1000 Pascal noch mehr hat. Aber ich habe ja schon am Anfang gesagt, oft macht sich das nur in höheren Teppichen oder im Hochflur bemerkbar. Diese Augeleiste bei niedrigen Teppichen oder Farbe wird man da wahrscheinlich gar keine Unterschiede sehen. Ihr seht schon, wir sind beim nächsten Test. Ich muss mal ein bisschen flötter machen, damit ich hier noch ein bisschen was in das Video reinbekomme. Aber wenn ihr die ganzen Tests sehen wollt oder etwas ausführlicher sehen wollt, könnt ihr natürlich auf meine Webseite gehen. Ich baue euch da noch mal ein Video ein, wo ihr da noch ein bisschen mehr von den Tests sehen könnt. Denn ich werde hier einfach doch nicht alles von der Zeit reinbekommen. Also auch hier haben wir natürlich jetzt den Quarzsand verteilt. Der Teppich hat ein etwas höheres Flur. Und auch hier läuft der Roboter 20 Minuten. Ich glaube, wir kommen gleich mal zum Schluss und schauen mal, was er jetzt hier bei diesem Test herausgesaugt hat. So, die 20 Minuten sind rum. So schnell kann es im Video gehen, dank Schnittprogramm hat auch seine Vorteile. Habt ihr ein bisschen Zeit gespart. Und jetzt messen wir das Ganze wieder und ich kann es euch schon mal sagen, was da rausgekommen ist. Er hat hier 38 Prozent herausgesaugt und das ist ebenfalls ein gutes Ergebnis. Also vergleiche ich es mal wieder mit ein paar anderen Saugerbottern. Wenn ihr es jetzt mit dem Dremi, den neuen vergleicht, da ist er jetzt hier wirklich besser. Also wie es zu erwarten ist, beim höheren Teppich macht sich dann die höhere Saugleistung tatsächlich auch bemerkbar. Also da hat er jetzt nochmal 8 Prozent mehr herausgesaugt. Da ist er wirklich besser geworden als der Dremi D9. Und er ist natürlich auch besser als viele andere. Er ist auf dem Niveau fast von dem Roborock S6. Besser als der Roborock S6 Max V. Der hat hier nur 26 Prozent geschafft. Und besser als viele andere Roboter. Aber es gibt natürlich auch Roboter, die hier noch besser sind. Aber mit dem Ergebnis kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Also ihr seht, das ist auf jeden Fall für Teppich ein guter, sehr guter Saugroboter, den man auf jeden Fall hier empfehlen kann. Wer Teppich hat, sollte den auf jeden Fall ins Auge fassen. Und sollten vielleicht auch mal mit dem Dremi D9 vergleichen. Denn das sind alles zwei relativ günstige Roboter, die doch für den Preis unheimlich viel leisten. Aber jetzt gucken wir nochmal auf Haarkboden. Ihr wisst es ja, der Test läuft praktisch genauso ab. Nur verteilen wir jetzt hier drei Dosen Schmutz. Also ein richtiger Härtetest ist das. Und zwar unterschiedlicher Schmutz. Eine Dose wieder Quarzsand. Eine Dose feines Semmelmehl. Und eine Dose ganz grobes Katzenstreu. Was oft sehr schwierig ist, weil das ja wie so eine Art kleine Steinchen funktioniert. Also das ist für den einen oder anderen Roboter ein bisschen schwierig zu erfassen. Aber die neueren Geräte packen das eigentlich in der Regel alle recht gut. Jetzt müsst ihr schauen, wie der Roboter am Anfang das aufnimmt. Ob er wie oft er drüber fahren muss. Ob er den Schmutz verteilt, nach außen verteilt. Es gibt Roboter, die tun das erst an den Rand verteilen. Und es gibt Roboter, die nehmen das relativ schnell auf. Und alle diese Dinge müsst ihr eben schauen. Und dann eben in welcher Zeit ihr ungefähr die Fläche sauber habt. Deswegen zeige ich euch die ersten zwei Minuten mal. In einer beschleunigten Zeit. Da seht ihr das schon recht gut. Und dann gehen wir gleich zum Ende. Und da schauen wir dann nochmal in den Schmutzbehälter. Und dann gehen wir gleich zum Ende. Und dann gehen wir gleich zum Ende. Und dann gehen wir gleich zum Ende. So, die 20 Minuten sind rum. Ich habe nach 10 Minuten schon mal nachgemessen, also den Behälter schon mal vorgewogen. Und da waren bereits 100% drin und nach 20 Minuten ist es natürlich bei den 100% geblieben. Mehr als 100% geht nicht und ihr seht, im Behälter ist auch noch Platz drin. Soweit ist das Ergebnis also durchaus gut, aber am Anfang hat er doch relativ lange gebraucht, bis er die Fläche doch optisch sauber bekommen hat. Das haben andere schon ein bisschen flötter geschafft. So, schauen wir uns nochmal schnell an, wie er den Rand gereinigt hat. Aber da dürfte es auch wenig Unterschiede zu dem Dremide 9 geben. Also hier mit einer speziellen Dose wird jetzt Quarzsand nur am Rand verteilt. Auch die war vorher gewogen und ich starte den Roboter wieder und lasse ihn wieder 20 Minuten laufen und messe dann wieder nach 10 Minuten und 20 Minuten, wie viel er dann jeweils eingesaugt hat. Ja, ich spule dann gleich mal zum Ende hin. Ich lasse es erst nochmal eine Minute laufen und dann schauen wir doch nochmal am Schluss nach den 20 Minuten, was da rausgekommen ist. Am Anfang dauert es immer ein paar Sekunden, da fährt er immer ein bisschen hin und her und guckt sich die Umgebung an, bis er dann feststellt, dass er in einer neuen Umgebung ist und dann erstellt er praktisch für sich eine neue Karte intern. Deswegen fährt er am Anfang ein bisschen hin und her, weil er immer noch denkt, vielleicht ist er noch in der Wohnung. Denn er hat ja hier von dieser Testfläche keine eigene Karte, deswegen dauert es immer. Denn um eine neue Karte zu erstellen, müsste man immer die Ladestation einmal umstellen. Ich müsste jedes Mal die Ladestation in die Testfläche stellen, damit er hier eine Karte von der Testfläche dauerhaft speichert. Das ist natürlich ein bisschen umständlich, deswegen warten wir immer diese paar Sekunden, bis er da eine neue Karte erstellt und dann orientiert er sich vernünftig. Deswegen lasse ich ihn auch meistens hier zur Hinten starten. Da geht es ein bisschen schneller, habe ich festgestellt, als wenn ich vorne starte, da erkennt er irgendwelche Ähnlichkeiten mit der Wohnung. Wenn ich von hinten aus starte, dann merkt er relativ schnell, dass er eine andere Umgebung ist und erstellt eine neue Karte. Er gibt es auch durch Sprachanweisungen immer an. Das ist immer eigentlich recht gut gemacht. Ja, man sieht, es dauert ein bisschen, bis er den Rand reinigt. Also bei der Randreinigung ist er nicht der stärkste, aber da haben ja viele Saugerbotter so ihre Problemchen. Da ist der hier auch keine Ausnahme. Aber schauen wir mal, wie das nach 20 Minuten aussieht. So, die 20 Minuten sind gleich rum. Dann stoppen wir und dann messen wir auch. Also wie man sieht schon, er hat schon relativ lange gebraucht, bis er den Rand sauber bekommen hat. Es gibt immer noch einige Stellen, wo immer noch etwas Schmutz im Rand liegt. Da links in der Mitte beispielsweise. Und sehr viel Schmutz hat er eben auch in die Ecken gebürstet. Und da kommt er dann am Schluss nicht mehr ran. Ihr seht, wenn man das vergleicht mit anderen Robotern, da liegt er doch nicht so gut. Da liegt er doch auch ziemlich weit hinten mit 52 Prozent. Das ist nicht so rosig. Allerdings liegen hier sehr viele Roboter nahe beieinander. Also da ist der Unterschied nicht so riesig groß zu den meisten. Bei dem Rand sind sie nämlich alle nicht so die Krönung. Da gibt es nur wenige Roboter, die das deutlich besser machen. Also von daher, da man so viel Schmutz in der Regel nicht in der Wohnung am Rand liegen hat, kann man damit leben. So, als letztes nochmal ein schwieriger Test, wie er Haare aufnimmt. Das sind jetzt sowohl Katzenhaare als auch menschliche Haare, die hier auf einem dunklen, tiefschwarzen Stoff behaftet sind. Wir haben die da fest angedrückt. Und hier lassen wir den Roboter jetzt mal saugen. Hier sehen wir gleich mehreres. Man sieht erstmal, wie gut er die Haare aufnimmt, ob er die überhaupt aufnimmt. Man sieht hier, weil diese Fläche keinen Rand hat, ob der Roboter mit randlosen Flächen gut umgehen kann. Also ob er runterfällt. Wenn er runterfällt, dann hat er nicht bestanden, logischerweise. Und man sieht hier gleichzeitig, ob er überhaupt auf schwarze Flächen fährt. Ihr wisst ja, einige Roboter fahren nicht auf schwarze Flächen, weil die Absturzsensoren, diese schwarzen Flächen, nicht von Abgründen oder Stufen oder sowas unterscheiden können. Und da haben die Probleme. Mittlerweile ist das bei vielen Robotern gelöst. Es gibt immer weniger Roboter, wo das Probleme macht. Aber wir testen es halt immer noch bei jedem Roboter. Wenn er nicht drauf fährt, dann hat er damit ein Problem. Aber ihr habt es schon gesehen. Er ist drauf gefahren. Und das klappt. Und auch mit den Absturzsensoren, das klappt gut. Er hat ja sechs Absturzsensoren. Da braucht man also keine Angst haben, wenn man eine Treppe hat und das den Roboter oben in der Etage saugen lässt. Er fällt also nicht die Treppe hinunter. Da könnt ihr recht sicher sein. Ja, und das sieht hier jetzt schon mal gut aus. Die Bahn, wo er drüber gefahren ist, das macht er doch da ganz gut. Gut, das ist schon ein schwieriger Test, weil sich die Lahara in diesem Stoff verfangen. Wir nehmen hier in erster Linie keinen Teppich, aber man kann es trotzdem mit Teppich vergleichen. Wir nehmen hier den Stoff, weil ich keinen so tief schwarzen Teppich habe und auch nicht bekomme. Die meisten Teppiche, die man bekommt, sind irgendwo ein bisschen heller. Und die sind nicht so gut geeignet, um diesen Test zu machen. Hier, dieser Stoff ist wirklich tief schwarz. Und da kann man das erstmal besser sehen mit den Haaren, aber da kann ich auch die Absturzsensoren besser testen. Und dieser Test läuft jetzt nur 10 Minuten. Das reicht normalerweise aus, dass er diese Fläche einigermaßen sauber bekommt. Und wie es aussieht, macht er das eigentlich ganz ordentlich. Natürlich braucht er hier ein paar Überfahrten, bis er das komplett weg hat. Gefährt jetzt auch sehr stark bevorzugt am Rand. Denn, wie gesagt, das ist ein Stoff und da verfilzen sich die Haare doch ein bisschen. Das ist nicht so ganz einfach, wenn ihr sowas im Haushalt schon mal gemacht habt. Auch mit dem Staubsauger hat man da schon, da muss man schon einige Mal drüber gehen, um so Flächen sauber zu bekommen. Aber wie es aussieht, macht er das schon ganz gut. Also da sehe ich, das macht er sogar besser als so ein oder andere, die wir schon getestet haben. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken, wenn er da noch 2-3 Mal drüber fährt, dass er die Fläche ordentlich sauber bekommt. Das ist gut. Ja, also jetzt, ich habe natürlich noch weitere Tests. Ich muss euch eigentlich noch was zur Wischfunktion sagen, aber das kriege ich jetzt hier alles nicht mehr rein. Aber die Höhenunterschiede, das könnt ihr bei mir alles im Testbericht nachlesen. Und vermutlich bringe ich da auch nochmal einen Testbericht rein, wo ich euch das mit der Wischfunktion nochmal zeige. Er hat ja jetzt eine Wischfunktion, das habe ich zwar beim Tremi D9 schon gezeigt, ihr könnt euch auch das anschauen. Aber beim Tremi D9 hat die Wischfunktion bei uns gar nicht gut funktioniert. Da hat das mit dem Wassernachfluss, der war einfach viel zu gering. Da kann ich euch jetzt schon verraten, das ist bei den Neuen hier, bei dem Tremi, ich vergesse jetzt den Namen, bei dem Tremi, das ist ein blöder Name. Tremi Bot L10 Pro, da ist das besser mit der Wischfunktion. Und da ist das auch besser mit dem Wassernachfluss. Aber wie gesagt, das zeige ich euch nochmal in ein anderes Video. Geht dann einfach nochmal auf die Testseite www.akku-und-roboter-staubsauger.de Eventuell ist der Test schon da, wenn ihr das Video seht, oder er kommt dann später da. Müsst ihr ganz runter bledern, aber unten sind diese ganzen Videos. Da findet ihr auch noch Videos von anderen YouTubern, damit ihr auch deren Meinung nochmal hört. Aber die Links findet ihr auch alle bei mir in der YouTube Beschreibung. Da könnt ihr direkt dorthin springen. Da findet ihr natürlich auch die Preise und Bezugsquellen und so weiter. Und könnt das dann auch mit anderen Robotern vergleichen. Ja, mein Fazit ist von der Objekt- oder von der 3D-Hinderniserkennung. Da hat man natürlich durch die Werbung, die da gemacht wurde, mit dieser 3D-Erkennung, da ist man natürlich ein bisschen enttäuscht. Das muss ich schon sagen. Da hatte ich mehr erwartet. Wenn man es jetzt mit dem absoluten Spitzenroboter in dieser Objekterkennung vergleicht, dem Roborock S6 Max V, dann ist der Tremi hier, der Bot L10 Pro, deutlich schlechter. Muss man schon sagen. Aber das ist natürlich jetzt auch ein Vergleich mit dem Roboter, der es am besten kann. Wenn man den Roboter jetzt mit anderen, mit dem normalen Roboter vergleicht, den man so bekommt für ähnlichen Preis oder etwas teurer, da ist die Hinderniserkennung natürlich schon gut. Er hat jetzt im Haushalt deutlich weniger Berührung mit irgendwelchen Gegenständen als herkömmliche Roboter, auch als der Tremi D9. Aber es kostet etwas Zeit. Er ist dadurch ca. 10% langsamer, beispielsweise als der Tremi D9, der dann die Objekterkennung nicht nutzt. Das ist nicht viel, aber bei 18 Minuten kommt er vielleicht dann auf 19 oder 20 Minuten. Also 1-2 Minuten macht es dann in einem größeren Raum aus. Ist nicht viel, das ist natürlich zu verschmerzen. Aber er stellt sich dann an manchen Ecken eben auch ein bisschen ungeschickt an. Bei Teppichkanten braucht er, ja, navigiert dann nicht so ganz glücklich. Und auch wenn viele Objekte im Raum liegen, mit denen er nicht so richtig was anfangen kann, dann kann es auch schon mal passieren, dass er eine Stelle einfach auslässt. Habt ihr ja in dem Test selber gesehen, dass er da den Teppich beispielsweise gar nicht richtig abfährt, weil er durch seine Objekterkennung ständig da versucht, irgendwo auszuweichen. Und dann leidet tatsächlich die, zumindest in engen Räumen, wo viele Hindernisse sind, die Sauberkeit etwas, die Gründlichkeit etwas. Also es ist nicht nur vorteilhaft. Wer das jetzt unbedingt haben möchte, dass der Roboter möglichst nichts berührt, der findet hier natürlich jetzt den günstigsten Roboter, der das kann. Ich kenne keinen, der günstiger ist und das ebenso gut kann. Es gibt den Osmo T8 AIVI, der macht es aber auch nicht so perfekt. Den haben wir ja auch getestet, der hat mir auch nicht so richtig gefallen. Der Einzige, der es gut macht, ist wirklich der Roborock S6 Max V. Aber der Roborock dürfte noch eine ganze Ecke teurer sein. Wobei ich den aktuellen Preis hier von dem Tremibod L10 Pro im Augenblick nicht kenne. Denn das Video habe ich zum Zeitpunkt geschnitten, wo das Gerät noch nicht im deutschen Handel war. Und die Preise in China sind ja immer ein bisschen anders. Von daher schätze man, dass das so um die 400 oder knapp über 400 Euro sein dürfte. Aber geht da einfach mal auf meine Seite. Da habe ich Links, wo ihr das Gerät überall beziehen könnt. Auch auf deutsche Seiten, auch auf Amazon und so weiter. Und dann könnt ihr die Preise eigentlich selber vergleichen. Inzwischen ist er vielleicht auch schon im Handel. Tja, also er hat Vor- und Nachteile. Und aus diesem Grund ist er bei der Bewertung bei uns, hat er nicht besser abgeschnitten als der Tremi D9. Er hat dieselbe Bewertung bekommen, weil er sowohl Vorteile als auch Nachteile in dem Vergleich mit dem Tremi D9 hat. Man, wie gesagt, wenn man es mag, dass der Roboter möglichst wenig berührt, dann liegt man mit dem hier auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Wenn einem das ziemlich egal ist, ob nun der Roboter mit der Stoßstange da irgendwo dran stößt. Denn Tierkot oder sowas, da helfen beide nicht. Das kann, wie gesagt, nur der Roborock S6 Max V. Schaut euch da nochmal den Test an, findet ihr auch mal auf meiner Seite. Der kann, da ist der Roborock S6 Max V wirklich eine Hilfe bei Tierkot. Alle anderen, die wir getestet haben, egal welchen Roboter ihr da nehmt, egal wie teuer, waren da keine große Hilfe. Auch der Osmo war keine große Hilfe. Ein bisschen besser war er schon als hier der Tremi. Aber ist natürlich für den Preis, den er im Augenblick auch noch kostet, der Osmo, da war das auch keine so super. Es reicht ja, wenn er solchen Schmutzkot, irgendwelchen Kot von Haustieren streift, dann ist ja schon alles dahin. Oder wenn er nur einen Haufen überfährt. Also sowas muss man dann entweder zufällig erkennen oder sonst kann man es eigentlich sein lassen. Also für Haustiere ist er keine hilfreiche Sache. Die Chance, dass er irgendwelchen Kot nicht befährt, ist doch ziemlich gering. Man hat eine gewisse Chance, aber groß ist sie nicht. Er ist eben nur dann eine Hilfe, wenn man es mag, dass große Gegenstände, auch Möbel, Stühle können das sein. Vielleicht habt ihr irgendwelche wertvollen Stühlen mit irgendwelchen ungewöhnlichen Füßen in der Wohnung stehen und ihr möchtet nicht, dass die befahren werden. Dann habt ihr mit dem hier eine größere Chance, dass er damit zurechtkommt, als mit einem herkömmlichen, mit dem Tremi D9 oder Nordbrook S5 oder S6. Das ist halt der Unterschied. Ansonsten die höhere Saugleistung. Er hat eine etwas höhere Saugleistung, aber ihr habt es gesehen, bei den meisten Tests hat sie sich eigentlich nicht bemerkbar gemacht. Nur bei den höheren Flur habt ihr, wenn ihr einen höheren Teppich mit höherem Flur habt, dann werdet ihr hier einen kleinen Vorteil haben. Der ist aber wirklich sehr gering. Also, es ist ein sehr guter Roboter. Man muss ja den Roboter mit anderen Robotern vergleichen und wenn man die gleichen Maßstäbe ansetzt, wenn man mal von den Erwartungen jetzt abzieht, die man durch die Werbung selbst bekommen hat, dann bietet er schon viel. Er hat eine gute Saugleistung. Die Navigation ist bis auf einige Ausnahmen gut. Und wenn einen das Hin- und Her-Navigieren an bestimmten Stellen stört, kann man ja auch die Objektorientierung ausschalten. Und dann navigiert er wie ein herkömmlicher Saugroboter genauso gut. So, inzwischen ist er auch jetzt hier mit dieser schwarzen Fläche fertig. Die 10 Minuten sind rum. Und das hat er sehr gut gemacht. Also, da gibt es gar nichts bei den Haaren und Teppichreinigung. Da ist er wirklich gut. Sogar fast besser als bei Hartboden. Also, da macht er wirklich einen sehr guten Job. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Tipps geben und die Entscheidung vielleicht ein bisschen erleichtern. Alles weitere zu dem Roboter und anderen Saugrobotern könnt ihr auf meiner Seite www.akku-und-roboter-staubsauger.de nachlesen. Die Links sind in der YouTube-Beschreibung. Und wenn euch der Kanal gefallen hat, drückt auf den Abo-Button. Kostet nichts. Hilft mir aber und motiviert zu weiteren Testberichten. Bis demnächst mal wieder. Bis demnächst mal wieder.